Hi im Dog with Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi-Gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Dog with Ride Podcast. Du bist in Folge 114 gelandet und wir schauen uns in dieser Folge an, wie du deinem ängstlichen Hund Sicherheit geben kannst. Und auf eins kannst du hier wetten, dass ich dir nicht sage, du musst dich selber entspannen, dann ist auch dein Hund entspannt. Denn ich habe es letztens erst im Online-Training gesagt, ey Leute, wisst ihr, wie viele Leute da draußen unterwegs sind? Die sind mega entspannt. Die scheißen auf total viel, was ihr Hund macht und auch wahrscheinlich auf andere Menschen und andere Hunde. Die sind super entspannt und trotzdem macht ihr Hund richtig viel Scheiße und rastet aus oder hat Angst. Denn nein, nur weil du selber entspannt bist, wird auch nicht dein Hund automatisch entspannt sein. Es ist cool, wenn du entspannt bist, wenn du reguliert bist und wenn du dich selber regulieren kannst und dafür gute Strategien hast. Denn dann kannst du dich wahrscheinlich dann daran erinnern, was Ulrike Säume im Podcast Folge 114 gesagt hat. Denn dein Gehirn kann auf Erlerntes zugreifen. Dann funktioniert das mit dem Erinnern besser oder mit dem Zugriff auf gelernte Strategien. Und dann funktioniert das auch überhaupt mit denen, hey, was sind eigentlich gute Regulationsstrategien für mich? Nicht vielleicht gegen eine Wand schlagen und schreien, sondern vielleicht ein bisschen durchatmen. Dich gegen die Wand schlagen und schreien. Manchmal hilft es vielleicht auch, aber das könnte natürlich einem Hund Angst machen. Und deswegen ist es cool, wenn du entspannt und reguliert bist. Mega. Und wenn du es schaffst, dich da hinzubringen, ist das sicherlich was, was super cool ist und was hilfreich ist. Aber dein Hund wird nicht automatisch deswegen entspannt sein. Du wirst aber deinen Hund bestimmt etwas besser supporten können, weil du mehr Zugriff hast auf verschiedensten deiner Fähigkeiten und gelernte Sachen. Aber warum ist es denn jetzt wichtig? Denn wir nähern uns ja Silvester und viele Hunde sind komplett aufgelöst, zittern, sitzen da irgendwie unter dem Sofa. Und wir fragen uns, hey, wie kann ich jetzt meinem Hund irgendwie Sicherheit geben, dass er besser klarkommt? Oder du gehst mit deinem Hund in eine tiermedizinische Praxis und dann sitzt er dort im Wartezimmer, zittert die ganze Zeit. Und du weißt, oh mein Gott, wir müssen definitiv noch 10, 15 Minuten warten. So ist es ja meistens oder sogar noch länger. Und dann weiß ich, wenn wir dann da reingehen, es wird alles nur noch viel schlimmer. Und da wäre es wichtig zu wissen, okay, wie kann ich denn vielleicht meinem Hund Sicherheit schenken? Wichtig ist erstmal, dein Hund muss da nichts irgendwie durchstehen oder dein Hund muss da durch oder sowas. All das muss nicht sein. Du darfst deinen Hund unterstützen und wenn du weißt, wie das geht, dann wird es leichter für dich, weil du dich selbst nicht mehr so hilflos fühlst, weil du deinem Hund helfen kannst. Du kannst proaktiv handeln, du kannst solche Situationen vielleicht sogar auch ein bisschen vermeiden oder schon von vornherein deinen Hund unterstützen. Und für deinen Hund wird es natürlich die Erfahrung geben, hey, mit meinem Menschen an meiner Seite wird es mir besser gehen. Dein Hund wird weniger Stress haben. Dein Hund wird in diesen ängstigen Situationen besser durchkommen. Und selbst wenn das alles nicht passiert, weil das vielleicht nicht immer alles so 100 Prozent klappt, wird es trotzdem in einigen Situationen für deinen Hund hilfreich sein. Und du musst dir auch nicht mit ansehen, wenn dein Hund irgendwie sich versteckt. Du darfst deinen Hund supporten, du musst es nicht ignorieren. Und wenn du die Körpersprache von deinem Hund lesen kannst, wird das natürlich sehr, sehr viel leichter sein. Das sollte immer der erste Schritt sein, dass du vielleicht schon mal dich damit befasst. Woran erkenne ich denn, dass mein Hund plötzlich Angst bekommt? Woran erkenne ich, dass mein Hund Stress hat? Denn wenn der Hund gestresst ist, wird er schneller Angst bekommen oder auch schneller aggressiv reagieren. Woran erkenne ich denn, dass mein Hund in eine höhere Erregungslage kommt, die, wenn das durch Frustrationen ausgelöst ist und der Hund ist dann auch noch gestresst, auch natürlich kippen kann in zum Beispiel Angst- oder Aggressionsverhalten. Und es gibt ganz, ganz viele Hunde, die zeigen, wenn sie ängstlich sind, so ein scheinbar hyperaktives Verhalten und werden sehr aufgeregt. Da steckt aber auch eine Angst dahinter. Wie kannst du das alles voneinander unterscheiden? Wie erkennst du Frühwarnzeichen? Weil wenn du das erkennst, da ist es viel leichter, natürlich deinem Hund zu helfen. Das heißt, als erstes solltest du dich, wenn du deinen Hund unterstützen willst, auch nochmal intensiver mit Körpersprache bei Hunden befassen. Wir haben da zufälligerweise so ein Videotraining, Hunde lesen lernen. Also wenn dich das interessiert, dann schau mal in die Shownotes. Und wenn du Methoden hast, die dich unterstützen, wird es einfach für dich als Mensch leichter, weil du hast dann auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Vertrauen in die Situation, dass du deinem Hund helfen kannst. Und ich weiß einfach, dass das für viele unserer KundInnen einfach super wichtig ist, weil wir bei Dog with Right, wir haben KundInnen, die wollen ihrem Hund helfen. Die wollen ihren Hund unterstützen. Die wollen für ihren Hund da sein. Die können es nicht aushalten, wenn sie merken, dem Hund geht es irgendwie massiv schlecht und der Hund kann gar nichts selber dagegen tun, dass es irgendwie besser wird. Das wollen unsere KundInnen nicht. Deswegen wissen wir, wie wichtig das ist, da was in der Hand zu haben. Und das gibt es heute in der Podcast-Folge. Und der erste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, wir werden so ein bisschen, also ich werde so ein bisschen über allgemeinere Sachen sprechen und dann auch nochmal auf ein bisschen konkretere Sachen eingehen. Und der erste Punkt, der wichtig ist, dass vielen Hunden, die ängstlich sind, es hilft, wenn es für sie eine Routine und vor allen Dingen eine Vorhersagbarkeit gibt. Das Geile ist nicht die Routine, das Geile ist die Vorhersagbarkeit. Denn Vorhersagbarkeit schafft Erwartungssicherheit. Erwartungssicherheit fühlt sich richtig gut an, zu wissen, was habe ich zu erwarten. Vor allen Dingen zu wissen, es wird mir gut gehen. Deswegen ist ein Markersignal so geil, denn der Hund weiß, nach einem positiven Markersignal kommt immer etwas Angenehmes für ihn. Da kommt etwas Angenehmes. Boah, deswegen hat das Markersignal so viel Power, weil da gibt es eine Erwartungssicherheit von, danach kommt für mich was Angenehmes. Und das ist cool. Super cool. Das Gegenteil davon ist Kontrollverlust. Der ist extrem stressend. Der kann auch für Wut sorgen, für Angst natürlich sorgen, aber der stresst massiv. Und das empfinden Hunde, wenn sie zum Beispiel auch an Silvesterangst haben, wenn es laut knallt. Weil die können davor nicht weglaufen, die können sich nicht verstecken. Klar, vielleicht sind die Geräusche ein bisschen leiser, aber sie können sich nicht komplett dem entziehen. Und Hunde hören gut. Hunde hören immer. Das heißt, wenn sie schlafen, können sie hören. Das heißt, sie können gar nicht weg. Das ist immer da. Und das ist für Hunde super, super stressig. Deswegen haben auch so viele Hunde ein Problem mit Silvester. Plus, es sind halt Geräusche, die sind sehr laut. Die haben kein Muster. Das heißt, da gibt es keine Vorhersagbarkeit. Es tritt einfach auf, immer wieder peng, 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 bumm, bumm, bumm. Und das ist für die Hunde super, super schwer, das auch einzuschätzen. Und es passiert halt auch aus dem Nichts heraus. Es gibt keine Vorhersagbarkeit. Deswegen ist das schwierig. Und deswegen ist es cool, wenn du mal schaust, wie könnte ich meinem Hund Vorhersagbarkeit im Alltag schaffen. Oder auch Routinen, weil Routinen schaffen Vorhersagbarkeit. Für manche Menschen ist das feste Fütterungszeiten, feste Spaziergehzeiten. Da muss ich aber sagen, es gibt auch Hunde, für die ist das nichts. Denn das soll ja dem Hund eigentlich Stress nehmen. Wir machen das, um einem ängstlichen Hund erst mal generell Stress zu nehmen. Und wenn so eine feste Fütterungszeit Stress auslöst, weil der Hund zwischendurch extrem hungrig wird, weil es für den Hund vielleicht besser wäre, ein bisschen mehr darauf zu achten, man hat ja Hunger, ihm dann was zu geben, dann macht das keinen Sinn. Deswegen, da musst du immer wirklich achtsam sein, individuell sein. Denn wir könnten hier bei jedem Punkt, den ich hier heute nenne, immer schauen, wie kann ich das wirklich ganz individuell auf diesen Hund und vor allen Dingen auch auf diesen Hund und dich, also den Menschen, der zu dem Hund gehört, wie kann ich das auf die runterbrechen, anwenden und wirklich im Alltag ausleben. Ein weiterer Punkt, was Vorhersagbarkeit schafft, ist ein positives Markersignal. Mega so zu trainieren mit dem Hund, mega so mit dem Hund zu kommunizieren und mit dem Hund umzugehen. Und natürlich auch ein Verzicht auf ängstigende Strafe. Wenn der Hund weiß, dass er sowas nicht zu erwarten hat und sicherlich wirst du dich mal die Nerven verlieren oder genervt sein oder auch mal schimpfen, weil du wütend und überfordert bist oder hilflos bist oder frustriert bist. Natürlich wird das mal passieren. Wir sind keine perfekten Menschen. Und wir alle bringen selbst ja eine Geschichte mit, wie mit uns umgegangen wurde. Gerade wenn es um große Gefühle geht, wie Wut und Frustration und so weiter und auch Angst. Wenn aber der Hund weiß, dass generell bei euch zu Hause, in eurem Umgang sowas nicht stattfindet, dann ist das schon mal ganz, ganz viel wert, weil das ganz, ganz viel Stress rausnimmt. Und weil der Hund weiß, hey, mit meinen Menschen zusammen wird es mir gut gehen. Ich habe von denen nichts zu erwarten. Ich habe zum Beispiel auch solche Sachen gemacht, wie wenn mir was aus der Hand gefallen ist, zum Beispiel mein Schlüssel oder so, habe ich immer mein Markersignal gesagt und dann die Hunde belohnt, dass die wussten, wenn was runterfällt, kommt immer was Gutes. Das ist eine Art Gegenkonditionierung. Aber ich habe die Vorhersagbarkeit geschaffen. Wenn neben mich ein Schlüssel fällt, kommt was Gutes. Und glaubt mir selbst, mein Hund Paco, der so eine starke Geräuschangst hatte, fand das nicht gruselig. Weil immer wenn mir ist öfter, mir ist schon öfter im Leben was runtergefallen. Also es passiert relativ oft. Ich weiß ja auch, dass das so ist. Und deswegen habe ich da gleich vorgebeugt. Und deswegen war das für die Hunde so ein Zeichen wie, oh ja, wir bekommen jetzt einen Keks, cool. Wo kommt mein Keks? Ah ja, da. Schön. Ich habe natürlich nie so ein Training gemacht, wie ich schmeiße meinen Schlüssel neben oder auf die Hunde, um sie zu erschrecken. Das darf man natürlich dann auch nicht tun in dem Moment. Aber ich habe gleich das Gegenteil gemacht. Ich habe das zur Vorhersage gemacht von es kommt was Gutes. Aber Routinen helfen den Hund, sich sicherer zu fühlen, weil sie wissen, was sie erwartet. Und das kann im Alltag einfach wichtig sein für deinen Hund. Aber da gilt es individuell zu schauen, was sinnvoll ist. Plus du solltest unbedingt Vorhersagbarkeit schaffen im Sinne von hey, jetzt kommt was Gutes. Dir wird es gut gehen. Der nächste größere Punkt ist, Überforderung vermeiden. Vor allem auch krassen Stress zu vermeiden. Denn wenn du den Hund in Situationen bringst, die ihn irgendwie überfordern, dann ist nicht garantiert, dass das irgendwie gut ausgeht. Und der Hund merkt, ach ist doch gar nicht so schlimm. Oder ach ich kann doch nur das und das machen. Dann wird das schon. Weil am Endeffekt ist der Hund schon gestresst. Das wird dafür sorgen, dass seine Impulskontrolle schlechter funktioniert. Und Impulskontrolle bedeutet, emotionale Reaktionen irgendwie ein bisschen zu steuern fallen. Und wenn das nicht mehr geht, weil der Hund eh schon gestresst ist, schwierig. Schafft problematisches Verhalten aus unserer Menschensicht. Und vor allen Dingen sorgt es meistens eher dafür, dass der Hund nur noch gestresster ist. Und klar ist es schön, wenn der Hund irgendwie kleine Herausforderungen bekommt, die er selbst lösen und bewältigen kann. Aber dieser Grat ist super krass schmal. Und die meisten Menschen, die wissen überhaupt nicht, was eine kleine Herausforderung ist, die der Hund lösen kann. Eine kleine Herausforderung, die ein ängstlicher Hund lösen kann, ist, da sind Leckerlis in einem Karton, sammelt die mal raus. Damit würde ich erst mal anfangen. Und das kann für manche ängstliche Hunde schon wieder viel zu viel sein. Und wir Menschen haben oft dann nicht so ein gutes Gespür dafür, weil wir vergleichen uns und unsere Hunde mit Hunden, bei denen alles gut geht, und mit Hunden, die wir mal ein paar Sekunden draußen sehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da ganz individuell schauen, was ist überfordernd für meinen Hund, wann erschreckt er sich zum Beispiel auch, in welchen Situationen. Mal zu schauen, wo sind Schreckmomente, weil ein Hund, der sich erschreckt, wird schneller Angst bekommen, ist dafür empfindlicher. Und einfach mal generell zu schauen, okay, wo ist die Stressbelastung im Leben meines Hundes? Wo braucht er Support, wo nicht? Wo kann ich ihn drauf vorbereiten? Was sollte ich vielleicht erst mal vermeiden? Und generell auch dafür zu sorgen, dass ich gut für meinen Hund sorge. Nicht nur, indem ich Stress vermeide, sondern indem ich auch schaue, wie kann es ihm emotional gut gehen? Wie kann es ihm körperlich gut gehen? Denn das schafft so allgemein im Leben des Hundes eine gute Stimmung. Und so eine gute Stimmung, die sorgt dafür, dass der Hund Bedrohungen als nicht so krass heftig schlimm bewertet. Also wenn ein Hund emotional und körperlich überlastet ist, es ihm schlecht geht, dann wird er kleinere Bedrohungen, schon vielleicht leisere Knallgeräusche zum Beispiel oder einen ganz kurzen Besuch bei deiner Tierärztin, der eigentlich sonst gar nicht so schlimm ist für ihn, als schrecklich bewerten. Denk dran, wenn du mega gestresst bist, dann gibt es diese Sprichworten, Deutschen, aus der Mücke einen Elefanten machen. Und wann passiert das, wenn wir selber total gestresst sind? Das heißt aber nicht, dass wir irgendwas falsch unbedingt einschätzen oder so, sondern das heißt einfach, dass wir sehr viel krasser darauf reagieren, weil wir schon gestresst sind. Und wenn wir das so in so einen Topf kippen, stell dir das beim Hund vor, Stressoren sind wie Regentropfen. So, und dann gibt es Stressoren, die sind, naja, nicht so schlimm. Das sind kleine Regentropfen. Dann gibt es Stressoren, die sind, oh ja, oh la la, schon ein bisschen schlimmer. Da gießt jemand mit so einer Gießkanne schon mal was rein am Wasser. Und dann gibt es Stressoren, die sind ganz, ganz, ganz massiv stresst für den Hund. Und das ist so ein sinnflutartiger Regenguss. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn das in so eine Tonne reingeht über den Tag, es kommen ein paar Regentropfen, manchmal wird mit einer Gießkanne reingegossen, aber dann kommt plötzlich so ein Regenguss, so super viel Regen immer rein in die Tonne und dann läuft die irgendwann über. Und dann passt das einfach nicht mehr für den Hund. Dann ist das zu viel, dann ist das sehr, 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 sehr anstrengend für den Hund. Dann kann das auch gesundheitliche Folgen haben. Und dann ist dieses Fass einfach voll. Und wir können ein bisschen schauen, wie vielen Stressoren setzt sich denn mein Hund jetzt aus? Na, wie viele Regentropfen kommen rein? Wie oft wird mit einer Gießkanne reingegossen? Und wie oft kommt so ein riesiger Regenschwall sinnflutartig runter? Und wo es sinnflutartig runterkommt, das könnte ich vielleicht erst mal vermeiden und könnte mir überlegen, wie könnte mein Hund damit besser klarkommen? Und das gehört dazu, um zu schauen, dass der Hund so overall eine bessere Stimmung hat in seinem Leben. Der nächste Punkt, wie du einem ängstlichen Hund Sicherheit vermitteln kannst, ist, dass du einfach selbst wirklich reguliert bist. Und wenn du selbst reguliert bist, macht das natürlich was. Deswegen kommt jetzt wieder dieser Punkt, sei du entspannt, dann ist dein Hund entspannt. Wenn du selbst reguliert bist, im Sinne von, okay, du erlebst jetzt keine Emotionen in einem richtig krassen Ausmaß. Du bist weder krass wütend, noch krass fröhlich und deswegen hüpfst du durch die Gegend. Sondern du bist reguliert, du bist so in deiner Mitte. Ich nehme jetzt diese Bezeichnung dafür. Dann ist natürlich deine Körpersprache eher ruhig und entspannt. Deine Stimmung, deine Stimme, deine Haltung. Alles ist eher easy. Du kannst gut nachdenken. Du kannst gut reflektieren. Du kannst vielleicht aus einer Vogelperspektive auf eine Situation schauen, um zu entscheiden, ja, was wäre jetzt gut, was wäre jetzt nicht so cool. Und dein Hund liest natürlich deine Körpersprache, weil er kann natürlich Erfahrung abgleichen. Dein Hund kann Erfahrung abgleichen. Okay, in der Körpersprache, da ist das und das passiert. Oh, wenn sie so guckt, dann ist sie ganz schön angespannt und dann kann es auch sein, dass sie mit mir meckert. Und wir alle meckern mal mit unserem Hund oder meckern über eine Situation. Es kann ja auch sein, du meckerst nur wegen einer Situation und dein Hund bekommt Angst. Paco war so. Mir ist was runtergefallen. Ich habe gesagt, scheiße und der Hund hat Angst bekommen. Hatte gar nichts mit ihm zu tun. Ich war nicht mal mit ihm im selben Raum und er hat Angst bekommen. That's it. Manche Hunde sind einfach da viel sensibler. Und das heißt aber nicht, dass wir ständig eine Reaktion von, oh mein Gott, wie ist das runtergefallen. Ich ärgere mich jetzt irgendwie unterdrücken sollten. Das wird nicht funktionieren natürlich. Aber wenn wir sowas erkennen, können wir natürlich ein bisschen gegensteuern und dem Hund helfen, damit klar zu kommen. Ich habe dann angefangen, wenn mir das runtergefallen ist, immer mein Markersignal zu sagen und Paco einfach zu belohnen. Erstens war es eine super Gegenkonditionierung bei seiner Geräuschangst. Zweitens habe ich dann nicht mehr Scheiße gesagt. Paco hat auch keine Angst mehr bekommen, sondern Paco fand es dann gut. So bin ich aus der Nummer rausgekommen. Und dein Hund weiß natürlich, wie du aussiehst, wenn alles für ihn ungefährlich ist. Und ich meine jetzt nicht, dass du eine Gefahr für den Hund bist. Bitte verstehe mich falsch. Aber wenn ein Hund ängstlich ist für meinen Hund Paco, der schon denkt, wenn ich nur Scheiße sage, wenn mir was runterfällt. Und ich bin in einem anderen Raum als er. Dann ist das für ihn ja anscheinend eine bedrohliche Situation. Obwohl nie irgendwas vorgefallen ist in der Art, dass man sagen könnte, okay, er hat dann irgendwas verknüpft. Er war einfach super empfindlich, was sowas anging. Und ja, dann musste ich das erstmal so akzeptieren und damit umgehen. Das heißt aber auch, wenn du regulierter bist und auch Strategien hast, um dich zu regulieren, um in deiner Mitte zu finden, sage ich jetzt mal, wenn du an irgendeinem äußeren Punkt einer Emotion gelandet bist oder an einem Verhalten, was dadurch ausgelöst wird, dann ist das für deinen Hund natürlich eine coole Sache. Und sehr, sehr hilfreich. Das heißt aber nicht, dass dein Hund an deinem Gesicht abliest, sie ist wütend, sondern dein Hund hat Erfahrung gemacht mit Situationen und wie du dich verhältst. Er hat ja eine ungefähre Vorhersagbarkeit. Was passiert, wenn du so und so guckst? Und was passiert, wenn du so und so guckst? Und dadurch wird es für deinen Hund in manchen Situationen auch stressiger, deine Anwesenheit, weil er vielleicht merkt, oh, das könnte eine gefährliche Situation für mich sein, weil jetzt meckert sie wieder oder jetzt finde ich sie vielleicht auch gruselig, weil sie so einen angespannten Körper hat zum Beispiel. Der nächste Punkt ist, ich habe es schon gesagt, die Körpersprache deines Hundes überhaupt zu verstehen. Woran erkenne ich denn, dass da Angst da ist? Sind das die angelegten Ohren, die eingeklemmte Rute, hecheln, wegschauen, whatever, ist es die Körperspannung, die hoch ist? Wenn du da ein bisschen besser vorbereitet bist, ein bisschen deinen Blick auf Körpersprache trainierst, dass du mehr siehst und nicht mehr so schnell einfach nur interpretierst, sondern erstmal wirklich siehst, ah, jetzt ist die Rute unten, oh, jetzt ist die Körperspannung hoch, oh, jetzt hat mein Hund einen angespannten Gesichtsausdruck, also die Muskulatur ist angespannt. Dann wird es leichter für dich, frühzeitig was zu erkennen und das kannst du wirklich üben, weil wir HundetrainerInnen sind darin nur so gut, weil wir das halt viel üben müssen, also im Sinne von, wir kommen in Situationen und müssen uns damit auseinandersetzen. Okay, manche HundetrainerInnen vielleicht nicht, aber die meisten schon und selbst wenn wir uns damit nicht intensiv beschäftigen, bekommen wir immer ein besseres Gefühl, weil wir natürlich auch Erfahrungswerte haben. Wir haben dann viel, viel Erfahrung irgendwann mit den verschiedensten Hundetypen und das hilft. Das ist genau wie beim Hund. Wir wissen, ah, so und so sieht ein Hund aus in den und den Situationen und irgendwann erkennst du da vielleicht auch ein paar Muster. Du kannst dich natürlich auch ein bisschen intensiver mit Körpersprache beschäftigen, aber selbst wenn du das als HundetrainerInnen gar nicht machen würdest, du würdest trotzdem wahrscheinlich besser sein als jetzt ein Hundemensch, der jetzt nur mit einem Hund zusammenlebt und jetzt gar nicht damit irgendwie was beruflich am Hut hat und jeden Tag mehrere Hunde sieht. Und dann musst du dir erstmal klar machen, Angst ist und bleibt natürlich überlebenswichtig. Wir können die nicht einfach abstellen. Die ist dafür da, dass der Hund merkt, das ist eine Bedrohung. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Ansonsten würde ein Hund ja relativ schnell sterben. Und wir alle, Säugetiere, wir haben Gehirnareale, die jetzt schon relativ alt sind und die dafür zuständig sind, Gefahren zu erkennen. Und die machen nicht so eine Feindiagnostik im Sinne von, aha, das hat jetzt sehr laut geknallt, was könnte das alles sein? Und gleichen tausende Sachen ab, tausende Erfahrungen ab, überlegen noch 50 Mal. Da geht es darum, wirklich schnell zu reagieren, weil umso schneller wir reagieren können, umso besser können wir überleben. Und deswegen ist es natürlich nicht so, dass egal wie wir trainieren oder wie du mit deinem Hund umgehst, dass du Angst 100 Prozent irgendwie abstellen, weg trainieren oder sonst was kannst. Angst. Angst ist und bleibt wichtig. Und deswegen solltest du das erstmal anerkennen, dass das so ist. Und gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich mache ein Training, dass mein Hund nie wieder Angst hat. Ich trainiere Angst weg. Ich heile meinen Hund von Angst. Angst wird immer da sein. Aber die Frage ist, wie oft passiert das meinem Hund? Und wie intensiv ist das, was da meinem Hund passiert? Und hat mein Hund vielleicht hilfreiche Strategien in dem Moment? Denn zum Beispiel, ich habe immer trainiert bei der Geräuschangst, wenn es laut geknallt hat. Es knallt und mein Ziel war immer, meine Hunde bleiben dann stehen. Meine Hunde bleiben stehen. Weil stehen bleiben ist nicht, ich renne einfach weg. Stehen bleiben ist nicht wie Paco, ich laufe schon mal zum Auto oder nach Hause ganz alleine. Hey nein, bitte nicht. Oder ich ziehe die ganze Zeit an der Leine so doll, dass ich mir selber irgendwie selbst an einem gut sitzenden Brustgeschirr wehtue. Ich wollte es nicht stehen bleiben. Und ich weiß auch noch, es hat einmal so krass geknallt, als ich mit Aski und Paco Gassi war, da hat der Boden ein bisschen gezittert. Ich habe keine Ahnung, was das war. Es hat aber, glaube ich, einfach nur so geschallt, weil wir waren an so einem See unterwegs, wo es auch nach unten ging. Und beide Hunde blieben einfach nur stehen und haben in die Richtung geguckt. Und ich hatte Zeit, sie anzuleihen. Und das ist halt super, super wichtig. Und durch mein Vorgehen, weil das kombiniert war mit Markersignal, auch mit Belohnung, auch wenn sie erstmal nichts nehmen konnten. Ich habe dann erstmal, also vor allem Paco nicht, Aski hat ein Stück Futter genommen, mein Markersignal gesagt gelobt. Durch dieses Vorgehen, was ich hatte, was auch sehr ritualisiert war, das Vorgehen, war Paco super schnell wieder ansprechbar und es war total okay. Und das kommt ja dann dazu. Das heißt, der Hund hat auch gelernt, wie er in solchen Situationen dann damit umgehen kann. Ich habe Möglichkeiten, um ihm zu helfen. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Trainingsspezifisches, worum es auch immer geht, weil vielleicht hat dein Hund Angst in Hundebegegnungen zum Beispiel. Oder dein Hund hat Angst in der Praxis oder dein Hund, also von der Tierärztin oder dein Hund hat Angst vor anderen Menschen oder vor Kindern oder vor XY-Geräuschen. Und da muss man halt gucken, wie man im Training vorgehen kann. Und ich gebe dir jetzt noch so ein paar Sachen, sehr konkrete Sachen in der Umsetzung, wie du deinem ängstlichen Hund Sicherheit geben kannst. Ein Punkt, der sehr cool ist, wenn es um Ängste geht, die innerhalb der Wohnung oder des Hauses auftreten, ist eine Komfortzone. Komfortzone ist einfach ein Ort, wo der Hund sich entspannt, wo es dem Hund gut geht. Ein Ort, der auch gemütlich für den Hund ist. Das kann eine Box sein, das kann ein Hundebett sein, das kann ein Kissen sein, das kann eine Decke sein, das kann ein Sofa sein, das kann ein Bett sein. Denn mir vollkommen gleich, wenn das natürlich was ist, was ein bisschen transportabel ist, good for you, du kannst es auch überall mit hinnehmen. Und das ist ein Ort, wo es dem Hund einfach gut geht, wo er sich entspannt und wo er sich auch selbstständig beschäftigen kann. Zum Beispiel mit Futterpuzzles, Leckmatten, Nimcom oder wo auch immer er so Sachen rausfummeln kann. Das heißt, der Hund kann dort entspannen, der kann sich dort gut fühlen. Man könnte dort zum Beispiel auch, wenn man so Suchspiele macht, könnte der Hund auch da starten, weil das löst ja auch nochmal Emotionen im Hund aus, die sehr, sehr cool sind, damit dieser Ort mit diesen ganzen tollen Emotionen verknüpft ist. Heißt, im Umkehrschluss, wenn der Hund hingeht an diesen Ort, haben wir eine schöne Ortsverknüpfung, die beim Hund auslöst, mir geht es gut. Einfach nur hier hinzugehen, hilft mir, mir geht es hier besser. Und das Schöne ist, wenn der Hund dann die Komfortzone kennt und er merkt, ich kann da hingehen, hat der Hund den Ausweg. Ich kann da hingehen, klar, vielleicht, wenn es draußen laut knallt, das Feuerwerk ist nicht weg, aber mir geht es dort besser, weil ich mich besser fühle. Ich kann dort eher auch in die Entspannung kommen. Ich kann auch eher den Kauartikel dort annehmen oder das Futterpuzzle oder die Schleckmatte an Silvester, weil ich mich dort ein bisschen besser fühle. In der Komfortzone kann man wirklich mit jedem Hund easy peasy aufbauen. Dann suchst du erst mal einen Ort aus, wo du es machen willst. Das kann auch das Hundebett sein, was dein Hund eh schon benutzt. Du kannst mir überlegen, wenn du einen Hund hast, der Angst hat vor Silvester, ob vielleicht eine Box ganz cool ist, weil an Silvester kann man da wirklich auch eine Decke drüber hängen, damit das noch so ein bisschen leiser vielleicht für den Hund ist, ein bisschen gedämpfter ist. Das hilft auf jeden Fall ein bisschen. Das macht die Geräusche nicht weg, aber es kann helfen. Es kann aber auch sein, Paco zum Beispiel fand Transportboxen super gruselig. Und da ich ja noch Katzen hatte damals mit Paco, fand er die extra gruselig, weil die Katzen sind da auch mal drüber gelaufen. Deswegen habe ich das bei Paco dann abgeschafft. Und Paco fand, er war auf einem Auge, konnte er nichts sehen. Und er fand alles, was oben war, der hatte eine sehr schlechte Wahrnehmung, was große Gegenstände angeht, die oben waren. Manchmal hat er hingeguckt und oben war was Größeres, stand was auf dem Schrank und er hat Angst bekommen. Und alles, was so von oben war und größer war und es war auch bei einer Box, so fand er irgendwie super, super gruselig. Das mit den Gegenständen auf dem Schrank war irgendwann überhaupt gar kein Thema mehr, aber Box war dann für mich einfach gestrichen. Ich habe das auch mit ihm, bin ich da nie wieder angegangen, weil es war nicht notwendig. Aber wenn du einen Hund hast, der hat damit kein Thema, dann ist eine Box, gerade was Silvester angeht, manchmal eine ganz gute Idee. Im Sommer bei Gewitter ist eine Box, wo man was drüber hängt, vielleicht nicht die beste Idee, weil es kann zu warm werden. Also der Hund sollte atmen können und die Temperaturen der Box sollte dann für den Hund stimmen. Und dann ist es eigentlich super leicht, weil du kannst zum Beispiel dann in der Komfortzone einfach, wenn dein Hund sich gern streicheln lässt, dann auch mit ihm dort einfach hingehen und ihn dort streicheln, entspannen. Wenn dein Hund nicht gern angefasst wird, lässt du es natürlich einfach weg. Du kannst ihn Cowartikel, Kongs, Futterpuzzles, Schleckmatten zum Beispiel einfach in der Komfortzone geben. Wenn der Hund sie rausschleppt, würde ich, es kommt aber ein bisschen auf den Hund an, wenn ihr ein Ressourcenverteidigungsthema habt, dann macht das bitte in Zusammenarbeit mit einer Trainerin, zum Beispiel bei Dog & Ride, 1 zu 1 Kompakttraining oder so. Aber dass du dann, hey komm, wir machen das da in der Komfortzone. Und wenn dein Hund von alleine die Cowartikel in der Komfortzone ist, kannst du mal das Markersignal geben. Und dann schmeißt du noch ein Stück Futter extra in die Komfortzone rein, als Belohnung für, mein Hund ist das da. Weil meine Hunde zum Beispiel sind immer mit allen Sachen sofort in ihre Komfortzone gedüst. Und wenn dann eine Tür zu war, das ging gar nicht, die musste man schnell aufmachen, weil die mussten in ihre Komfortzone gehen. Also das haben die einfach von alleine gemacht. Das war einfach eine Routine für die. Und es war auch sehr praktisch, zum Beispiel mit Aski, auch dann mit Baby. Aski ist dann immer in seine Box einfach gegangen, wenn er was zum Kauen hatte. Und dann haben wir dann auch die Tür einfach rangemacht. Einfach nur 100 Prozent Sicherheit, dass zum Beispiel das Baby da nicht doch da irgendwie mal gucken geht, was da so Sache ist. Und das war einfach super. Hat auch die Wohnung sauber gehalten und musste, okay, Cowartikel werden in der Komfortzone gegessen. Dann kannst du auch zum Beispiel Suchspiele da starten lassen. Du kannst auch dem Hund einfach mal, ohne dass er es merkt, eine Überraschung in die Komfortzone legen. Klar, wenn du vielleicht mehrere Hunde zu Hause hast, musst du mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Wenn du kleine Kinder zu Hause hast, dann vielleicht auch nicht. Mal abwägen, ob da irgendwie ein Gefahrenpotenzial ist. Aber wenn du nur einen Hund hast, leg ihn ab und zu mal eine Überraschung da rein. Aber eine Überraschung heißt, der Hund sieht das nicht. Also du machst das nicht vor den seinen Augen, sondern du legst sie da rein, wenn der Hund das gar nicht checkt. Und dann geht er da hin, findet das. Das ist so, wow, was? Hier liegt so was Krasses. Ich sollte öfter am Tag mal in meine Komfortzone gucken gehen. Weil dann kannst du nämlich, wenn dein Hund von alleine die Komfortzone mal aufsucht, mal sagen, Markersignal, genau das ist richtig, schön, dass du da bist. Hier ist eine Belohnung für dich. Weil so kann man es einfach hinkriegen, dass der Hund öfter mal in die Komfortzone geht. Und dann ist es wichtig, dass diese Komfortzone wirklich aufgeladen wird. Mit Entspannung. Wenn der Hund nicht gern angefasst wird, dann eben, dass er alleine da schläft. Vielleicht auch in Kombination, wenn du zum Beispiel Entspannungsmusik oder Entspannungsduft benutzt. Auch damit dann, dass du den Hund da vielleicht streichelst, wenn er das mag. Dann mit den Kauartikeln und so weiter. Und wichtig ist, dass du dann feststellst, der Hund sucht zum Schlafen und zum Entspannen häufig die Komfortzone auf. Trägt seine Kauartikel von alleine dahin. Und vor allem auch so nach Spaziergängen. Wenn er dann schlafen will und sich dann eher zurückzieht, dann geht er in die Komfortzone. Und das ist ein gutes Zeichen, dass das ein Ort ist, an dem es ihm gut geht. Und dann kann das in ein Training integriert werden. Weil auch wenn dein Hund zum Beispiel ein Problem hat mit Besuch und du willst trainieren, dass dein Hund, wenn Besuch da ist, auf so einen Platz geht und da wartet und sich entspannt. Dann ist das eine super Kombination mit Komfortzone. Weil wenn dein Hund sich dort besser fühlt, entspannen kann, dort sein Kauartikel snackt, dann ist das ja eine geile Kombi zu, da kommt der Besuch, den du schrecklich findest, geht in die Komfortzone. Und der Hund fühlt sich instant besser. Das heißt, es hat nicht nur die Wirkung, dass wir das aufbauen und belohnen, dass der Hund das macht. Nein, für den Hund ist das selbstbelohnend, dort zu sein, weil er sich dort gut fühlt. Und dann haben wir einen richtig guten Effekt im Training. Und zum Beispiel auch, wenn es draußen knallt. Der Hund geht in die Komfortzone, er fühlt sich besser, er entspannt sich schneller. Er erinnert sich, das Gehirn sagt, ah, hier habe ich schon so viele tolle Sachen gegessen. Ah, hier habe ich schon so tolle Suchübungen gestartet. Whatever. Und dann haben wir den Effekt der Gegenkonditionierung da mit drin. Und deswegen ist das eine super Sache, die du brauchst, wenn du einen Hund hast, der Angst hat. Das kann auch alles in Kombination gemacht werden mit Entspannungsduft, Entspannungsmusik, mit einem Funnershirt. Weil all das ist eine super coole Sache. Und all das kann zum Beispiel auch am Silvesterabend super gut benutzt werden. Und da kann immer noch mal so eine Zwiebelschicht an extra Support mit drauf kommen. Eine andere Sache, die super ist bei Hunden, die ängstlich sind, wie du ihnen Sicherheit geben kannst, sind Inselspaziergänge. Du hast ja wahrscheinlich irgendwie gewisse Routen, die du immer wieder gehst. Beim Inselspaziergang schaffst du auf deinen Lieblingsstrecken, sage ich jetzt mal, die du mit deinem Hund gehst oder deinen alltäglichen Strecken, Inseln. Insel sind Orte, an denen etwas passiert, was für den Hund irgendwie angenehm ist. Entweder entspannend ist oder sehr lustig ist oder sehr interessant ist. Also was eine gute Emotion auslöst. Egal, ob die mit hoher Erregung einhergeht oder mit sehr niedriger Erregung, ist vollkommen egal. Und dann suchst du dir, du hast so eine bestimmte Strecke, sage ich mal, schaffst du auf dieser bestimmten Strecke drei Inseln. Das heißt, an Straßenkreuzung A, die ja immer passiert, machst du zum Beispiel ein Zehn-Leckerli-Spiel. Am Waldeingang, den ihr dann reingeht, machst du immer mit deinem Hund ein Suchspiel, dass er Futter am Boden einfach sucht. Und jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken, an Haus X, wo ihr dann immer noch vorbeigeht auf dem Rückweg, streichelst du deinen Hund. Oder er drückt sich an deine Hand ran, wenn er sich nicht gern streicheln lässt. Das heißt, du machst immer dasselbe, wenn du an diese Punkte kommst. Nein, wir hatten den ersten Punkt Zehn-Leckerli-Spiel, der zweite Punkt Waldeingang war ein Suchspiel, dass der Hund Futter vom Boden einfach nur sucht. Und der dritte Punkt, Haus X, war, dass der Hund irgendwie durch körperliche Streicheleinheiten oder an die Handrücken entspannt wird. Das machst du auf jeden Spaziergang, immer an diesem Punkt. Das heißt, dein Hund hat eine krasse Vorhersagbarkeit. A, wir kommen an die Straßenkreuzung, da machen wir das Zehn-Leckerli-Spiel. Oh, wir kommen an den Waldeingang, ich warte schon mal, hier machen wir doch immer mein Suchspiel. Das heißt, der Hund kommt, wenn er diese Punkte passiert, in eine bessere emotionale Stimmung als vorher. Der hat eine gute Erwartung an etwas, was ihm Spaß macht, etwas, was ihn entspannt, etwas, was ihm gut tut. Und wenn zwischen diesen Inseln irgendwas Mieses passiert, dein Hund Angst bekommt, dein Hund sich mega krass aufregt auch, geht ja auch für die Hunde. Oder sehr, sehr abgelenkt ist. Wird er an der Insel besser ansprechbar sein? Wird er an der Insel wieder einen besseren emotionalen Zustand kommen? Das heißt, das ist etwas, womit wir den Hund regulieren können, womit wir bessere Stimmung schaffen können. Und wir haben dann vor allen Dingen bei ängstlichen Hunden teilweise Punkte dann auf dem Spaziergang, wo Sachen möglich wären, die sonst nicht möglich sind. Vielleicht wird mal ein kleines Spiel möglich. Vielleicht wird der Hund mal besser ansprechbar. Es ist schade, dass dieses Konzept der Inselspaziergänge noch nicht so bekannt war, als Paco bei mir gelebt hat. Oder gerade die Anfangszeit mit Paco. Weil Inselspaziergänge sind eine richtig coole Sache. Machen wir auch in verschiedensten Programmen mit uns und auch im 1 zu 1 Kompakttraining ganz, ganz individuell mit unseren KundenInnen. Weil da kann man richtig, richtig viel rausholen und richtig, richtig gut bei Hunden, die Angst haben oder auch Gassionsverhalten zeigen, Probleme haben mit Hundebegegnungen, krasses Jagdverhalten zeigen, richtig, richtig gut unterstützen. Eine andere Möglichkeit, die du machen kannst, ist jetzt sehr spezifisch auch eher für das Thema Silvester oder auch andere Ängste, die ja draußen so ausgelöst werden beim Hund, ist, dass der Hund so einen Löseplatz hat. Und ich meine damit einen Löseplatz draußen. Klar, es gibt natürlich auch die Optionen. Ich habe letztens erst gesehen, irgendjemand, der hier bei uns wohnt, hat so ein kleines Hundeklo, so einen kleinen Rasen geliefert bekommen für Hunde. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache, der Hund kann sich an Silvester lösen. Und wenn es erst mal nur auf dem Balkon, auf dem kleinen gekauften Rasenstück, Hundeklo, wie auch immer das heißt, geht, vollkommen in Ordnung. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Wir reden jetzt hier nicht davon, dass der Hund nicht mehr Gassi geht und sich lösen kann, und es deswegen auf so einem Hundeklo machen muss zu Hause, sondern wir reden hier davon, der Hund hat Angst und kann draußen nicht. Und ein Löseplatz bedeutet einfach, dass du einen Ort hier aussuchst, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass der Hund sich lösen kann, in unmittelbarer Nähe, eure Haustür, sage ich mal, und dass du den immer ansteuerst, erst mal in guten Momenten, wo es dem Hund gut geht. Also du hast jetzt noch ein bisschen Zeit bis Silvester, das kannst du jetzt noch anfangen, und dass der Hund sich dort lösen kann. Du kannst auch noch ein Lösesignal einführen. Wenn der Hund anfängt zu pieseln, sagst du pieseln oder so, bei uns hieß es immer pieseln. Wenn du wartest, bis der Hund fertig ist, nicht weiter auf den Einregeln, pieseln, 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 du lenkst ihn nur ab, wenn er pieselt, er soll bitte das Geschäft zu Ende bringen. Und dann kannst du zum Beispiel ein Markersignal geben und dann hinten der Stimme loben, oder ihn einfach nur loben, hey, gut, dass du es gemacht hast, aber erst, wenn er fertig ist. Aski hatte zum Beispiel ein Signal fürs Kacken. Mach mal hin, hieß das. Das heißt nicht, dass wenn man das gesagt hat, dass er einfach losgekackt hat, so läuft das nicht, das Game. Das sind keine Maschinen, die Hunde, sondern der Druck, sag ich mal, das zu müssen, muss schon irgendwie da sein. Aber wenn du ihm gesagt hast, mach mal hin, und der war so an dem Punkt, dass er schon eigentlich muss, aber man hat gemerkt, der hat irgendwie gerade Mühe, weil bei Aski war immer das Problem, der war draußen, also in den letzten Jahren gar nicht mehr, aber sehr aufgeregt. Ist dann auch sehr schnell gelaufen, hatte viel zu tun, hier und da schnüffeln. Und wenn man dann aber gemerkt hat, eigentlich muss der ja mal, und es ist schon auch an der Zeit, Hunde haben ja dann, also man hat das so ein bisschen Gefühl, es gibt einen gewissen Rhythmus. Man hat dann gesagt, mach mal hin. Dann hat er angefangen, sich eine Stelle zu suchen, weil bei Aski war es wichtig. Aski konnte das nur, wenn da so ein bisschen Gras um ihn drum war oder eine Hecke oder irgendwas im Rücken war, das war für ihn viel angenehmer. Aski hätte niemals auf so einen Weg gekackt, das wäre für ihn nicht gegangen. Aber dann hat er sich eine Stelle gesucht, die für ihn passend ist und hat es auch gemacht. Und das kann natürlich hilfreich sein, wenn der Hund ängstlich ist, dass man ihm sagt, hey, du kannst das jetzt hier machen. Ich werde in den Shownotes noch so ein paar Sachen verlinken. Entspannungssignal hier, Entspannungssignal da. Vorbereitung auf Silvester, das findest du alles in den Shownotes. Und wenn du mit deinem Hund wirklich noch richtig angehen willst, ihn auf Silvester vorzubereiten, dann hast du nur noch heute und morgen Zeit, dich anzumelden für unseren Live-Online-Workshop Demisende 2016. Jedes Jahr machen, wo wir wirklich aus den letzten vier Wochen noch das Beste rausholen, damit der Hund möglichst gut Silvester übersteht. Das Ziel ist, dass dein Hund nach Silvester möglichst wenig Probleme im Dunkeln hat, dass er klarkommt an dem Tag, dass du weißt, was du machen kannst und dass du auch generell weißt, wie du mit Geräuschangst umgehen kannst, deinen Hund unterstützen kannst. Das machen wir seit 2016. Jedes Jahr waren schon über 500 Menschen dabei. Und wir lieben es, weil ich liebe es. Es wird umgesetzt durch diesen Druck, zeitlichen Druck, setzen die Leute auch wirklich um. Mega. Und wir holen einfach das Beste raus. Du kannst dich noch bis zum Samstag, dem 23.11. noch anmelden. Wenn du die Folge jetzt später hörst, läd dich auf die Warteliste für nächstes Jahr einfach. Oder schreib uns für ein 1-zu-1-Kompakt-Training, weil da können wir das natürlich auch super individuell mit dir machen. Jetzt möchte ich noch auf Fehler eingehen, die Menschen machen, wenn sie den Hund so ein bisschen vorbereiten wollen, dass er mit der Angst besser klarkommt, ihm Sicherheit geben wollen. Gerade so Hilfsmittel wie ich baue meinen Entspannungsduft auf oder ich kaufe mir ein Relaxo-Pet oder Relaxo-Doc. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt heißt. Diese Sachen werden gekauft und dann denken wir, ach ja, Passschirm funktioniert. Oder Entspannungsmusik habe ich jetzt gemacht, ab morgen nutze ich das. Das Gehirn braucht Wiederholung und du solltest so 10 Tage dir vielleicht einplanen, 14 Tage, um den Hund damit vertraut zu machen. Und es heißt auch, mach den Hund auch mit Sachen vertraut, die du einfach so kaufen kannst. So ein Fanda-Shirt zum Beispiel. Wenn du das dem Hund zum ersten Mal anziehst an Silvester, kann es sein, dass das für deinen Hund vielleicht sehr beängstigend ist, weil er das gar nicht kennt. Dann ist er noch so ein Klettverschluss, der macht Krach. Mach den Hund damit vertraut in entspannenden Situationen und lade auch solche Hilfsmittel am besten noch mit Entspannung auf, weil dann wirken sie besser. Entspannungsduft musst du eh mit Entspannung aufladen. Dann vergisst du vielleicht so Sachen aufzuladen, weil wenn du so einen Entspannungsduft jetzt hast oder eine Entspannungsmusik oder ein Entspannungswort und du nutzt das in ängstigenden Situationen, ja es ist ein Akku, der muss aufgeladen werden. Weil ansonsten, weißt du, das funktioniert über klassische Konditionierung. Wir verknüpfen mit dem entspannten Zustand so ein Wort oder die Musik oder ein Duft. Aber klassische Konditionierung wirkt immer, wenn wir das nur einsetzen in ängstigenden Momenten, dann kann das beim Hund Angst auslösen, weil er weiß, das rieche ich immer, wenn ich so große Angst habe. Also das ist jetzt nichts Bewusstes, was der Hund sich sagt, es passiert einfach. Wie wenn du zum Beispiel ein Lied hörst, du kennst bestimmt ein Lied, wenn du Liebeskummer schon mal hattest in deinem Leben und vielleicht kannst du dich an deinen ersten Liebeskummer erinnern, da kommt dir vielleicht jetzt ein Lied im Kopf, wenn du dieses Lied hörst, wirst du an diese Situation irgendwie denken oder wirst da ein bisschen zurückversetzt oder empfindest da was. Vielleicht nicht mehr den krassen Liebeskummer von damals, aber irgendein Gefühl, was vielleicht nicht 100% nice ist, das kennen wir alle, das ist durch klassische Konditionierung entstanden und so geht es auch dein Hund. Deswegen Sachen wie Entspannungsmusik, Entspannungsduft, Entspannungswort aufladen, aufladen, aufladen mit Entspannung, damit die nicht zum Ankündiger werden für Angst. Und auch ein Fehler ist noch, du bist total am Ende, weil dein Hund so viel Angst hat, weil das kann das Leben ganz, ganz stark einschränken. Ich habe auch eine Podcast-Folge zum Leben und den Folgen von dem Zusammenleben mit ängstlichen Hunden, die kann ich vielleicht auch nochmal verlinken. Aber dann such dir irgendwie eine Unterstützung, wenn du merkst, dass du am Ende bist deswegen. Such dir irgendeinen Support und versuch vielleicht mit diesem Support herauszufinden, was du tun kannst, wie du proaktiv etwas tun kannst, um deine Situation und die deines Hundes und eure Situation irgendwie besser zu machen. Und wenn du merkst, dass du am Limit bist, dann bitte, bitte versuch nicht total genervt zu sein und zu schimpfen. Dann nimm dir eine kurze Auszeit, lass deinen Hund mal kurz in Ruhe. Sammel dich nochmal, weil es ist einfach nicht so geil für deinen Hund. Und wenn du ein Kind hast, wo du mal schimpfst, weil du durch bist, du kannst dich bei deinem Kind entschuldigen. Und dein Kind versteht ab einem gewissen Alter auch, was du da sagst. Das kannst du beim Hund nicht machen. Das heißt nicht, dass es für Kinder okay ist oder so, weil ich kann mich ja immer entschuldigen. Ey, wenn du immer viel Scheiße baust, denk an das Sommerhaus der Stars dieses Jahr. Immer nur Scheiße bauen, sich dann entschuldigen. Jetzt habe ich was getroppt. Das wollte ich über mich nicht preisgeben. Aber wenn man die ganze Zeit irgendetwas macht, immer wieder dieselben Muster, die nicht so geil sind und sich dann entschuldigt, ist das jetzt auch nicht so geil. Da sollte man vielleicht an einer anderen Stelle mal ansetzen, um was grundsätzlich zu verändern. Aber bei deinem Hund kannst du dich gar nicht entschuldigen. Der wird diese Meta-Ebene nicht verstehen. Punkt. Und das ist schwierig. Und deswegen hast du gar nicht die Chance, das zu tun. Deswegen wäre es wichtig, dass wir da sehr proaktiv mit solchen Sachen umgehen, mit unseren eigenen Bedürfnissen, die checken, die spüren, die schauen, wo unsere Sachen liegen, die uns vielleicht irgendwie auf die Palme bringen, um dann bessere Verhaltensstrategien irgendwie zu entwickeln und zu finden. Und auch schauen, dass wir so overall in einer guten Stimmung in unserem Leben sind. Das heißt nicht, dass es uns immer gut geht oder so und dass alles mega geil ist. Aber das wird uns natürlich helfen, weil wir nicht so schnell immer an unsere Grenzen geraten. Dann kann es zum Beispiel auch sein, beim Thema Löseplatz ist auch oft ein Fehler, dass wir einfach einen sehr ungünstigen Löseplatz auswählen. Weil gerade an Silvester, wenn du jetzt sagst, der Löseplatz ist an einer größeren Straße, ist dort die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dort eher Menschen unterwegs sind, die auch mal einen Böller zünden. Das heißt, da muss man einfach mal schauen, wo es wirklich passen könnte. Da gibt es vielleicht keine immer optimale Variante, weil nicht alle wohnen so, dass ihr irgendwie Zugang habt zu einer Wiese oder dass da nicht eine große Straße ist. Aber behalte es mal im Hinterkopf, wenn du jetzt schaust, wo könnte sich mein Hund lösen, zum Beispiel an Silvester. Okay, dann nimm diese Sachen jetzt mit für Silvester, für das neue Jahr mit deinem Hund, für alle Situationen, in denen dein Hund Angst haben könnte. Und wenn du jetzt merkst, ich brauche irgendwie einfach Support, weil ich weiß gar nicht, wie ich das angehen soll mit meinem ängstlichen Hund überhaupt, dieses ganze Training und woran soll ich überhaupt noch alles denken. Dann komm doch zu uns ins 1 zu 1 Kompakttraining online, denn wir arbeiten ganz, ganz viel mit Menschen, die ängstliche Hunde haben und wir würden euch natürlich dabei gern unterstützen. Schreib uns dazu einfach eine E-Mail, wenn du daran Interesse hast, da können wir dir einfach mehr Infos zusenden. Wir vergeben da jeden Monat immer nur eine limitierte Anzahl von Plätzen, damit wir die Menschen und Hunde gut betreuen können über drei Monate. Und wenn du darauf Bock hast und es brauchst, dann gib uns Bescheid. Und wenn du die Folge bis hierhin gehört hast, dann melde dich mal unter dem Post bei Instagram zu dieser Folge. Sag mal hi, ich möchte nämlich alle Menschen kennenlernen und hey, diese Folgen hier werden jede Woche von 2000 oder mehr Menschen irgendwie gehört oder auch mal 3000, je nachdem. Sag mal hi, ich möchte alle 3000 Menschen einmal kennenlernen, die die Folge hier hören, weil ich finde das super spannend, denn die meisten von euch habe ich noch nie auf Instagram gesehen, die da schreiben. Und ich finde es mega cool, wenn ihr da mal hallo sagt. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du gemerkt hast, hey, die hat mir voll geholfen, dann schick sie doch an den Menschen via WhatsApp oder Telegram oder Signal weiter, damit diese Person die Folge auch hört. Weil vielleicht willst du das gemeinsam mit der Person angehen im Training mit deinem Hund oder mit ihrem Hund und ja, dann schick sie weiter. Das bringt uns neue Menschen hier in dem Podcast, zu denen auch unser Training wirklich gut passt, die damit wirklich was anfangen können. Und davon möchten wir natürlich gern mehr haben. Ich wünsche dir und deinem Hund alles Gute. Ich hoffe, dass ihr dieses Silvester gut übersteht, entspannt übersteht, dass sich da keine Probleme irgendwie auftun. Und merkt ihr, wenn du noch dabei sein willst bei unserem Live-Online-Workshop zur Vorbereitung auf Silvester, du kannst dich noch bis Samstag, den 23.11. um 23 Uhr anmelden und dir deinen Platz sichern. Es gibt nämlich auch einen ziemlich coolen Bonus, habe ich gehört noch dazu, wer sich jetzt anmeldet. Du bekommst nämlich ein Ticket für unser Live-Programm Gassi Magic, was im Februar stattfindet. Denn das Coole ist, so können wir jetzt Silvester einfach gut zusammen überstehen und können dann noch 2025 richtig cool Gassi gehen mit deinem Hund und dir angehen, damit das auch richtig geil wird, Spaß macht und ja, nicht im Chaos endet. Und hier klingt das, klingt einfach noch ein perfect match, würde ich sagen. Silvester und Gassi Magic, jetzt im Dezember und dann im Februar bei Dogged Ride. Also wenn du das haben willst, das Ticket gibt es nämlich geschenkt für alle, die bei unserem Live-Online-Workshop dieses Jahr dabei sind, dann geh jetzt in die Shownotes, klick auf den Link, check einfach alle Infos aus, check, ob der Live-Online-Workshop wirklich zu dir und deinem Hund passt, ob du darauf Bock hast und dann melde dich an und sichere dir einfach noch schnell deinen Platz. Ich freue mich, wenn du dabei bist, weil wir haben ja zwei Live-Termine und wir haben auch einen Fragebogen. Das heißt, wir werden schon ein bisschen was über dich und deinen Hund erfahren und euch da supporten können, Jessica und ich. Und ja, wir freuen uns auf euch und ich sage jetzt Bye-Bye, bis bald und vergiss einfach, dass ich erwähnt habe, dass Sommerhaus ist das. Vergiss es einfach. Okay, ciao. Das war der Dogged Ride Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist. Das war der Dogged Ride Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Das war der Dogged Ride Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Das war der Dogged Ride Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Das war der Dogged Ride 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 Podcast für Hundemenschen. Vielen Dank.